Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. Wir sind hier immer noch im Ganons Turm und springen hier mal in das Loch rein. Und was zum Teufel! Ja Leute, ihr seht's richtig. Das ist eben einer der Gründe, warum ich diesen Tempel so sehr liebe. Der gute alte erste Boss ist hier wieder. Klar, diesmal auch in einer etwas sperreren Variante. Aber nur ganz leicht sperrer, also... Wobei, ich finde diesmal eigentlich sogar einfacher, weil hier natürlich das super-mega... Da! Na komm halt her! Lalalalalala! Und weg ist er! Karte, was sagst du mir? Gar nichts, denn ich hab dich noch nicht. Langsam, aber sicher könnte ich die Karte mal gebrauchen, wollte ich nochmal so angemerkt haben. Feen! Feen, 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 Feen! Feen sind meine besten Freunde! Ich brauche Feen, kommt's doch her! Lasst euch einfangen, Feen! Dankeschön, liebe Feen! Lasst euch, lasst euch einfangen, komm her! Feen! Ich befehle es dir, lass dich einfangen! Jetzt müssten alle Flaschen wieder voll sein, super! Und du kommst noch so her, Dankeschön! What the fuck? Wie viel hat die jetzt geheilt? Die hat doch jetzt irgendwie mehr als sonst geheilt, oder? Schön! Ich hab noch nicht den großen Schlüssel! Oder? Hier drin ist das letzte Item, das wir bekommen. Gut, ich weiß, wo wir sind. Hier lang. Ein Schlüssel! Dankeschön! Wenn wir hoch... Alles klar, dann kommen wir... Wenn ich mich nicht irre, müsste ich jetzt links wieder rauskommen, oder? Alles klar! Gut, 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 passt! Dann weiß ich jetzt, wo ich bin. Passt mir ganz gut, war ich links schon mal? Nein! Dann gehen wir da doch mal hin! Aha! Okay! Oh, ein kleiner Schlüssel! Das freut mich natürlich! Nein, du gehst weg! Gut, ähm... Hammer ausrüsten! Und weg mit dir! Yeah! Ich bin der... Große Hammerkönig! Ich... Sag mal alles! Sag mal alles kurz und klein! Ich bin der Große Hammerkönig! Ja, blablabla! Ja, genau! Ähm... Okay... Soll heißen jetzt Enterhaken, Gaudi? Einmal so... Ja, bitte ein bisschen besser zielen, Link! Dankeschön! Ähm... Ich will jetzt mal da hoch... Hm, das war gar nicht eine richtige Entscheidung! Nein! Nein! Ähm... Ich will jetzt halt nicht zu, ähm... Viel verlangen, aber... Könnte da auch... Oh... Okay, das war anscheinend zu viel verlangt... ...dass da was scheiß drin ist. Stirb! Okay, die sind hier... echt verdammt dumm positioniert! Gut! Ach komm, das war doch relativ lieblich, Link! So! Äh, hieb's bitte hoch, danke! Äh, hier noch unten... Kann ich dich schieben? Nein! Also, ich muss hier rum... Dann kann ich hier noch unten... Ah, alles klar! Damit hab ich schon gerechnet... Und weg bist du! Gut! Ich könnte jetzt da lang gehen... ...oder hier lang gehen! Jetzt als erstes mal hier lang! Ähm... Okay, jeder Firm muss... Ja, das ist jetzt die Frage! Äh... Ich geh jetzt erst mal oben lang! Schauen wir doch mal, was uns oben hier erwartet! Ich habe zwei kleine Schüssel, ist ja kein Problem! Eine Truhe! Das freut uns doch! Und so gut, wie die versteckt ist! Warte... Die Karte! Die war so gut versteckt! Oh, oh, oh! Die war so gut beschützt vor allem! Wieso ist da nur die Karte drin? Okay, ich freu mich ja, dass ich die Karte habe, aber... Egal! Gut! Das ist jetzt aber schon ein bisschen kniffliger... Denn... Die müssen wir... Warte mal... Ich leg die Bombe... Hier hin! Das müsste reichen, oder? Ja! Dann würden wir sie zu nahe legen! Dann denkt dann... Nee, oder? Oh, 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 oh! Okay! Leute! Los geht's! Und durch hier! Und um rein! Alles klar! Einfach als ich dachte! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ähm... Nein, das ist jetzt nicht so gewesen, wie ich wollte! Ähm... Wuppsah! Hier in der Mitte bin ich! Ähm... Hallo! Wie komm ich da? Was? Alles klar! Okay, okay, okay! Okay, 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 okay! Äh... Enterhaken! Und drüber! Noch ein kleiner Schlüssel! Äh... Links, rechts! Äh... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b... D-d-d-d-d-d... Ähm... War das jetzt richtig, oder war das jetzt äh... Tomatensuppe? Ich nehm nochmal rechts! Ich nehm nochmal! Schön! Dann nehm ich jetzt, äh... Den, äh... B-b-b-b... Ja... Aber ich nehm nochmal den! Ja, ähm, dann, äh, ja, nimm mal den hier. Ja, ähm, okay, der gefällt mir jetzt nicht so, dann nimm ich... Hallo, fick mich hier mal bitte nicht an die Wand. Das mag ich nicht. Äh, wieso habe ich auf einmal dieses Gefühl, dass das falsch war? Fuck! Gut. Das ist, ähm, blöd. Jetzt haben wir nämlich hier wieder einen relativ weiten Weg zu gehen. Und ich habe immer noch nicht den großen Schlüssel... Halt, ich habe nie... Egal, wir gehen jetzt den Weg. Ah, ha, 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 leckst mich. Gut, dann gehen wir den Weg nicht, dann gehen wir hier. Äh, hammer, hammer, hammer. Hammer. Hallo? Hallo? Ach, die kann ich nicht nur in eine Richtung schieben. Toll. Gut, dann brauche ich jetzt mal bitte den Enter-Haken wieder. Wunderbar. Ja, im Großen und Ganzen zeigen wir ja Fortschritt. Ähm. Ähm. Danke. Oh! Das war unfair. Das war mega unfair. Jetzt komm, halt, dann Link. Mach doch sowas nicht. Ist doch gemein, sowas. Sowas ist ganz, ganz böse. Sowas machen nur böse Links und du bist doch kein böser Link. Äh, ich muss noch... Und... Ach ja, hier ist die Gaudi wieder. Ähm. Abon, die Bombe, ähm, bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Äh, wir sollten mal vielleicht über die Linie hier gehen. Okay. Dann legen wir hier eine Bombe hin. Sehr schön. Dann geht es hier jetzt weiter. Und... Rein da. Ähm, ja, rein da bitte, danke. Gut. Jetzt brauche ich den Enter-Haken. Okay, er hat sich doch noch irgendwie durchgepackt. Gut. Der Linke. Nochmal der Linke. Äh, ich will bitte zurück. Scheiße. Ähm. Ja. Okay. Dann der hier. Alles top. Hm? Aha. So, so. Jetzt will ich mich jetzt verarschen. Oh, das ist... Das ist nicht dein Ernst. Selbstlade. Das ist nicht dein Ernst. Bitte, 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 bitte. Es ist dein Ernst. Es gibt keinen anderen Weg mehr. Ich muss den Weg nochmal gehen. Oh, ist das unfair, weil ich aus Versehen an dieser bröcklichen Wand vorbeigelaufen bin. Ach, das ist aber schon ein bisschen unfair, oder? So, was meinst du hier? Okay. Okay. Hm, 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 hm. Okay. Dann eben nochmal rein. Bleibt dieser nicht so anderes übrig. So. Und so. Und ich töte mich selber. Ja, schön gemacht. Ja, schön, schön. Schön gemacht. Wie? Bitte heile mich. Dankeschön. Mal auf die Uhr schauen. Oh. Bei mir sitzt es 20 vor 8 für die, die es interessiert, also abends. Ja. So ist das. Es ist 20 vor 8. Was hat das denn... Ja. Gut. Was hat das denn zu bedeuten? 20 Minuten vor 8. Bedeutet das etwa, dass es in 20 Minuten 8 ist? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ein ungelöstes Rätsel. Ist es wirklich in 20 Minuten 8 Uhr? Wer weiß das schon? Ich hab ne Ideen. Ich geh jetzt erstmal hier hoch. Und geh jetzt hier mal in die Mitte, denn da war ich noch gar nicht. Ja, aus verständlichem Grund irgendwie. Ich weiß nicht, wie gefällt mir das jetzt schon. Ganz und gar nicht. Schön. Ja, schön. Jetzt hat es mich hier reingepackt. Nee. Ach komm, das ist... Ach nee, jetzt hat es mich hier reingepackt. Ach, jetzt ist auch gar nicht wieder raus. Okay. Jetzt hat... Schon wieder reingepackt. Ach, jetzt, 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 aber auf, langsam. So. Danke. Dich kann ich ziehen und schieben. Okay. Ich nehm jetzt mal kurz die Silberpfeile. Zack. Okay, wie soll ich denn das machen? So. 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 Ah ja, so mache ich das doch am besten. So. So. Okay. So. Ich denke mal, dass hier unten was ist. Nein. 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 Der Tod. Nein. Außer dem Tod wartet dort nichts auf mich. So. Mal gucken, was wir hier so schönes haben noch. Dann machen wir schon noch Fleisch drauf. Machen wir so schön noch kräftig drauf. Und, äh, dann serviere ich tot den Link. Okay. Okay. Ich würde aber mal sagen, wir gehen langsam mal die Feen aus. Alles klar. Ich hab da mal so... So. Okay. Oben lang. Danke, Lönenspiegel. Danke, danke, danke. Spiegel. Zurück. Gut. Leute, aber der Part ist hier eh schon vorbei. Also. Im nächsten Part werden wir definitiv gerne ins Turm fertig machen. Denn ich weiß jetzt den Weg. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.